Ja, wunderschönen guten Tag, liebe CeBIT-Besucher. Wir hier von Tideum am Stand D22. Ganz kurz und knackig, was machen wir bei Tideum? Und zwar, wir sorgen dafür, dass man im R&D-Controlling bessere Entscheidungen trifft. Und wie machen wir das? Das machen wir mit unserem Tool Tideum Business LPM. Unser Tool verbindet ERP, traditionelles Controlling, mit PLM, Produktlebenszyklung, Engineering-Sicht auf Produkte. Und wenn das etwas ist, was Sie interessiert, dann kommen Sie vorbei, informieren Sie sich. Dankeschön. Guten Tag, Tideum Teil 2, unser Tool, was machen wir? Und in unserem Tool geht es um Produkte im Kern. Und wir schauen darauf, wie profitabel sind diese Produkte in ihren Lebenszyklen. Wie man hier sieht, ein Dashboard. Und hier zeigen wir die Profitabilität auch. Man sieht die Projekte, wie sie performen. Man sieht Produktmargen. Und wenn man weiter navigiert, sieht man die Liste der Produkte im Unternehmen. Man kann in so ein Produkt reingehen, das öffnen, kommt sofort. Und hier sieht man auch die Produkte an sich, was für KPIs diese Produkte liefern, wie sie performen über ihre Phasen hinweg und wie die Cashflows sind. Und hier sieht man wunderschön die Produktproduktabilität.